und ja liebes Sonnengustraben, wir sind Judo, teils alleine gehört hast wie so ist Pascal raus? ja, wird mich auch interessiert oh, da ist er wohl weg eben weg, oder? würdest du einen Hacker machen, oder so? ja oh scheiße, sie haben's gemerkt aber Kickwochkommen weil er cheatet komisch sagt du auch gerade nix, ne? Entschuldigung, also Du bist so intelligent, ne? oh, ja, das kommt gut du bist so intelligent, ne? das ist natürlich intelligentschlich ach genau, jetzt gibt nur noch meine eisenschaufel kaputt was könnte noch passieren wer stirbt? denn die mannschaft geht kaputt ja aber ich habe ich gesehen du brauchst Prozent Pilze mit einem Tiermannschwert ab das ist es noch nur einmal und der Garten er geht bestimmt schneller wieder mit 22 er bietet mehr Prozent eine dreißig das tut sie es wo schon 20 30 stellen in der Verbraten ich glaube ich würde es sich so im letzten Leben er ist ja gut leute durch das war gut würde ich noch sie kommen ich weiß nicht bei uns sind aber Töne aus jetzt geht er nicht auf so wie pack ich noch mal das kann ich genauso gut gut mal kann sich schneller steigen ich schlippel hier ein Spawner rot 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 krieg ich ne Brust drauf? Nö, ich hab aber, wenn ihr im Haus habt, dass wir gerne in mein Haus kommen ich hab da auf jeden Fall was zu essen gehen wir dabei die was essen? also ihr seid herzlich eignet, da haben wir was zu essen nehm ich beim Wort wirklich, ich hab grad Brot gebacken jetzt werd ich mich wieder auf den Weg machen, um etwas Essbares zu essen komm lass, ich will Brot essen man müsste hier echt so ne Währung eigen bauen, ne? gibt es da sag es mir mein uns eigene Young gut falsches Spiel das weißt du gar nicht ne, ist schon klar ich sag jetzt auch nicht den Namen des Spiels, aber ja bitte nicht jede der Batman 2 ja das hast du verraten mein Kevin, ey sag mal wie lang will das noch regnen hier? das kann doch gar nicht sein ja wirklich, ne? es nervt mich voll wie ich öffnen bin ich find den Ton auch ein bisschen nervig ja kann mich gar nicht konzentrieren ja, genau, Minecraft ohne Ton scheiße Kevin! Was machst du? Mich erschrecken von Zombie Keb Hunger Nach Bogen wenn ich nicht sehe Hab ich selbst geschossen Hab ich selbst geschossen Der geht noch zu Carina, die hat da gesagt Gibt's was, umsonst Das ist so weit weg, ist einfach nicht Jetzt ist er sogar noch zu faul dahin zu gehen, echt Nee, ich bin nicht faul Soll ich vielleicht noch den Liederservice auch machen? Ja, Kevin braucht Almosen Du kriegst ins Marken Gerne Wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich's ihm kriegen Ich hab grad eh nichts besonderes zu tun Ich hab grad so ein bisschen Alter, ist da Regenlaut Oh ja Ich mög's nicht zu essen Das könnte langsam auffallen Ich muss zum Kotzen So, hier hab ich schon was Er hat was, okay Ich hab was gefunden Okay Hm War nicht viel, war das leid Okay Zwei Minuten, ruf doch wieder Ich brauch was zu essen Ja Ja, war nicht viel, hat er gesagt Ja, trotzdem Na, das ist nicht so viel Cool, ich hab'n Appel gefunden Appel Ich hab'n Appel gefunden Ich hab'n Appel gefunden Ja, ich bin grad am Bäumefeld, ne? Das ist einfach, glaub'n, mein Kopfgefühl Kochen, wir machen, machst Pannkuchen 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 mit Appel? Ja, mit Appelmus und so Oh, ja Oh, geil Oh, geil Geil Wann, dann machen wir kriegen Ohhhh 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 Ihm gilt das eine ab, ey Ja, bei Appel, ne? Ja, bei Appel, ne? Ich weiß schon, wie die Völker heißt dann Wie denn? Appel Oh, ja Oh, ich hab'n Appel Oh, ich hab'n Appel Oh, ich hab'n Appel Ja, was sonst, ey Das kann man ja nicht pflücken, ey Oh, ich finde, im realen Leben gegen den Scheiße, warum der jetzt auch noch hier ist Wir machen doch Rasenmägen, find's ja auch so geil Was soll ich denn Regen ausmachen? Haben wir doch letzt mal ausgemacht, dass wir dürfen, oder? Machen aus, bitte Wir warten Machen alle Wir wollen keine Regen Wir wollen keinen Regen Ne, der Regen leckt sowieso ein bisschen Oh, ja, jetzt hat's grad richtig geleckt Oh, ja Ich war grad tot, ey Oh, endlich Oh, endlich Oh, lol Oh, mein Gott, ey Das Rauschen in meinem Ohr ist verschwunden Oh, jetzt geht mir einer ab, sag ich euch Oh, das ist herrlich Eine stille, ne? Oh, Wahnsinn Ich find's geil Voll gruselig auf einmal Was? Will ich nicht fahren? Dank Pascal Me too Ja, genau Übertreibt halt alle Komm noch mehr Echt jetzt, Kevin? Ich hab's Diamanten, aber ich will jetzt die Schwitzhaken mit Glück haben Von daher Das ist ein paar mehr sein Achso, du hast welche freigebuddelt Ja Ja So, ich guck mir jetzt Ach nein, warte Da kommt auf jeden Fall Ich hab auch schon DM-Anrüstung Ja, super Mit den Haaren nicht Appel, Appel, Appel Äpfel Geil, noch mehr Äpfel Aber ich muss sagen, es wird mein Sohn langweilig Deswegen mach ich's nicht Warum tust du's dann? Weil ich niemanden haben will Ich will mithalten mit Pascal Mir Wollte ich da so'n Wettbewerb draus machen Wie die sich gegenseitig bewetteln Jedes Mal Oh ja Jedes Mal Who had the most Diamonds Gleich wie jemand weiß so Abel Ich bin vor, wenn wir wieder an Eisen rankommen Und ne komplette Rücken Oh Gott, unter mir ist direkt Eisen So, wenn wir Krieg Krieg Dein Penis mit deiner Hand Oh ja Ich glaub, das muss sensiert werden Ich kann das doch nicht sensieren Warum denn? Warum ist Penis denn so'n abfälliges Wort? Penis, 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 Penis Das ist eigentlich nicht Das ist eher ein natürliches Wort Ja Ja, das entscheidet YouTube, ne? Mobb mich doch halt Ja, Mobbing-Opfer Oh ja Ja, so sieht's aus Das haben wir jetzt einfach mal so entschlossen, ne? Cool Supergeil Ich glaub, ich brauche mir eine Leiter Noch mehr Apple Alter, ich kann mich zuhauen mit Apple Hey Apple Nice alle leute er hat mehr hat es ist gut die wir haben ein motto mit Katzen in den Kanal habe ich letztes Mal gesagt ich glaube wir sollten als Logo eine Katze nehmen oder? ja am besten mal ziehen oh ja was wollte ich jetzt tun laut sie du bist unser Logo können wir nicht Peaches nehmen ja oh ja Katze ohne Witz Katze.de ok oh ja so Leitern gingen jetzt wie ich weiß gar nicht mehr 6 ja überall ist dick außer unten und oben oder? oder? hat einer Leder ich brauche jede Menge Leder ja du hast eine Lederrüstung machen? nein Bücher hast doch Bücher oder willst du denn Bibliothek machen? oh ja ja so ich hab jetzt genug Leitern das sind ja auch noch welche hm ja komm ich weiß nicht wie viel wir brauchen kurz AFK ja ach wie auf ist der denn AFK alter sollst du keine Hände bei dir lassen? ha 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 kannst du mal deine Hände bei dir mach's gar nicht na ha 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 oh die Katzen sind auch noch ey jetzt weiß ich warum lauern AFK die Katze schreit schon förmlich nach ihr ha 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 komm ihr Hexen ha 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 manno hast du die Katzenruhe oh ihr hattest du gemobbt hier das sind eigentlich keine Katzen das sind äh außerirdische Wesen Aliens nervt hüten oh das genau noch oh das war gemein ja oh ja die ist bestimmt voll süß die ist wirklich süß die ist wirklich süß das ist ein Alien das ist ein Nackt-Katzen ja Nackt-Katzen alter die sehen aus wie Alien krasse Devrex also könnt ihr ja googlen ach das ist so eine scheiß Nackt-Katze ja ey du hast du nicht mal Flausch zum streicheln doch die Säte ist und so dann kann ich mich selber streicheln vielleicht nimm den findste auch geil oder ey das war jetzt mies ja was ja dass ihr mich dazu benutzen sollt mich missbrauchen hier missbrauchen wir gerne Alter vierzehn Äppel Äppel oh der freut sich über Diamanten und diese freut sich über Äppel naja dann kann ich euch wenigstens mit Essen versorgen oh ja das brauchen wir ich freue mich habe ich schon mal gesagt Perina ist unsere Mutti ja wie machst du noch mal eine Pilzsuppe? mit Pilzen mit Schüssel mit Schüssel und roter Pilz und brauner Pilz ich weiß was ich mache wie kriege ich die Schüssel? wo mache ich die? wir müssen die Schüssel holen wie bitte? stimmt hast du ein Pumpkin? ähm Schüssel mit Eisen Pumpkin sind auch noch in meiner Eisenhütte welche ok wo bauen wir denn hin? keine Ahnung am besten da äh zwischen ähm das ist eine Lore die ich da mache genau kein Star ein Kessel was machst du denn? ich hatte eigentlich vor eine Schüssel zu machen aber ich hab keine Ahnung wie die Schüssel geht ich glaub aus Leder oder? ich weiß gar nicht das ist wunderbar Cam bist du eigentlich mittlerweile wieder zu Hause? ne nicht echt müsstest du eigentlich sehen oder nicht? keine Ahnung die sehen nur deine 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 Burg ich hab keine Pfeile mehr mit zwei Hoden auf dem Berg ich pack die Pilze jetzt erstmal in mein äh Lebensmittellager ne noch nicht noch bin ich unten irgendjemand wird schon eine kreative Idee haben wie man das macht ich kann ja die machen äh nehmen weg drauf bezahl gefälligst dein Essen du Schuft genau hier äh Carina macht so eine äh ne Kantine auf ohja ja also ihr könnt gerne bei mir essen da hab ich nichts dagegen ich bin sowieso die ganze Zeit so am essen, farben und so n Zeugs genau das verkaufst du dann glaub die macht das sinnvollste von uns allen achja falls wieder jemand wissen will ne ich baue grad wieder Pilze mit meinem Diamantschwert ab meine meine Kisten die hier oben rum könnt ihr mich benutzen solange ihr mich nicht ausraubt oder so oder mein Haus zerstört seid ihr hier willkommen ich kann wenigstens sagen alles klar also keine Randale keine Randale Randale ok musst du vorne so ein Schild oder so ja genau viel mach ich nochmal so ein Schild Pilz eine eine Pilzsuppe äh 5 Diamanten Preis für Pascal äh ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da haha ok lalala was geht mit dir? ach nichts bist du geil auf Diamanten wieder? nein jetzt nicht ich fahr mich gleich nee das ist so geil auf seine Katze gerade ohja oh du fläht doch mal aus ah jetzt ist er glücklich alter lecker wuhu lecki fledermaus hallo ja die schwirrt hier voll um mich rum ey ich fänds geil wenn man die fledermaus als Tier halten könnte genau fütterst die mit irgendwelchen kleinen Tierchen so und die werden dann ausgesaugt so ohja 620 wieder haben wir gesehen oh jetzt hab ich wieder oh jetzt muss ich wieder zurück weil ich keine Spitzhacke mehr hab Dreck tragisch ohja und dabei hab ich grad vor mir einen Eisenblock gesehen also mehrere alter mein Spiroge grad bügelt ja meins hat auch grad geleckt alter lecker ist was geht denn meins nicht wenn ich die jetzt aufnehmen würde ne ja gut das ich tue ne das könnte ich nicht hochladen gerade der ist übel so geil wie der sie genau schlimmer ey sie ist ja richtig geil ne ja der ist ein PC halt ne wie was kann ich doch nicht leckt wenn ich wenn ich nicht aufnehmen leckt es keine Stücke ja du hast zu hohe Grafik zu hohe Grafik zu hohe Grafik zu hohe Grafik wie verarschen ich hab schon auf Mittel eingestellt so auf normal muss auf Ferien machen ja super dann sieht er noch ja dann guckt sich's keiner mal an wie in der beschissene Auflösung ach oh warum bin ich so wieso bin ich so struttdämlich hab doch noch ne Diamantspitzhacke dabei ha ha wie ist es Tag oder Nacht äh Nacht feuchtig ah muss nacht sein warum weil bis rumlaufen ich hab grad überhaupt keine ich hab grad überhaupt keine ich hab grad überhaupt keine bauern deiner ist deine Burg schon fertig oder was ne ich war ja anders beschäftigt achso ahja mhm ja war ja anders beschäftigt boah ich brauch mehr Truhen so viel Müll mhm ja ich hab auch grad sehr viel Müll hier mhm ja ich hab auch grad sehr viel Müll hier ich hab ein Smaragd du bist ein Smaragd ok ne ich hab einen du bist so stinkgrün hab ich gehört aber ich nehm mal dass ich grad Dingsblock abgebaut vielleicht hast du es selber ne klar in meiner Hütte tauschen Grasblock ab diese Bugs die nerven Kevin diese Grafikfehler ja bei mir sind sie nicht mehr nur wenn ich da oben stehe ich hab keine ja bei mir ist es jetzt grad kurz gewesen mein einzigsten Grafikfehler hab ich den ich hab ist der den äh wo ich in die Erde reingucken kann cooliguck ich seh dich cooliguck da alter der ist da denn der Krom ist Noxy Noxy ne hallo Noxy n siehren sie nicht siehren nicht mit dir ich würd sagen wir müssten vielleicht langsam mal ne Aufnahmepause machen zumindest muss ich jetzt weg jetzt musst du weg oder geht das noch weiß nicht wir können sie ja ausprobieren der bist du grade at home äh wie at home also am bauen oder in aller in meinen alten Hütten äh jetzt hätt ich nicht so an Sabine oh was ist ne schüchtern weil auf Youtube landet ne nö Nüchtern ne schüchtern Stuttgart hätten die Prozesse was kann was meinst du denn ja ob du da bist du dann ist doch ja in welcher Hütte denn meine Alten der Alten kuppeligen O also auf der Karina auf meiner ersten Hütte nicht nein so etwas vor ich bin nicht zu Hause ich bin nicht zu Hause doch ich komme gerade mit drei creepern im Schlepptau Prozent 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 kommen ein kleiner überraschend ich habe mich auch mitgebracht Prozent zum Taubertäck aneben nicht Hälber seit ihr denn jetzt sind ihr wartet was wir aus wir sehen sie versteckt das ist eine Falle als Kurs Wir treiben es gerade. Habt ihr wenigstens was zu essen genommen? Komm Noxy, sag mal was. Habt ihr keine eigene Wohnung? Echt mal? Nehmt euch ein Zimmer. Oh mein Gott, hier ist Lava. Wo seid ihr denn jetzt hin? Komm gleich. Blub 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 blub. Effizienz und Halbbarkeit. Ich fack ab ey. Ach, ich seh irgendwen. Egal, mit Effizienz hau ich dann noch schneller. Durch die Berge. Ach, ein Pascalchen. Schatz. Was da hinten ist er? Noxy, nein. Du kleines Schwein. Komm runter. Komm, der Designer muss sich auch mal vorstellen. Genau. Nein. Oh mein Gott. Alter. Ich dachte, die fallen in die Lava rein. Oh, cool. Ein Zaubertisch. Den benutze ich doch glatt mal. Für was? Alter. Meeeuw. Geile Sache. Der war gut. Oh ja. Die will mitreden. Ja. Komm, lass sie doch mal mitspielen. Alter, was er alles hat, ne? Cool, das hast du gehört. Alter, was ist das für ne Möhren. Hast du auch Setslinge für die Möhren? Äh. Nein, noch nicht. Mano? Noch nicht. Aber keine Kartoffeln. Kevin, wo bist du? Ich bin ja gestorben. Dann nimm dir eine Möhre und mach daraus Setslinge. Ne, passt schon. Ich hab Carina, die mich verzockt. Ja, stimmt. Aber wenn du Möhren anpflanzt und die auswachsen bekommst... Ja, stimmt, aber wenn du Möhren anpflanzt und die auswachsen bekommst...